herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass du eingeschaltet hast ich spiele hier mal was anderes ich spiele rock of ages 2 ich habe den vorgänger schon gespielt und damals als demo und ich fand es ziemlich ziemlich lustig und witzig und es hat echt spaß gemacht ich habe damals leider nie die vollversion geholt ja schon schon länger ja schon ungefähr ich weiß nicht zehn jahre oder so her und jetzt habe ich dieses spiel zufälligerweise gefunden ich wusste gar nicht dass es hier einen zweiten teil gibt und ich spiele mal die story kampagne auf einfach okay das muss jetzt zermachen okay Okay. Jetzt geht es um die Arena-Tutorial. Machen wir mal das. Machen wir in eine unfavorable Position. Nein. Du benutzt eine große Böder. Wie viele Mal muss ich das erklären? Herr Herodotus, ich denke, ich bin in der falsche Klasse. Wir alle in verschiedene Bereichen. Quiet! Du hast nur versucht, dass die Klasse von der Klasse, nicht wahr? Nun, ich sage dir... Wow, ein realer Böder. Ich habe nie gesehen, ein realer Böder bevor. Trank! Jetzt vielleicht haben wir eine Chance gegen den Räumen von Richard. Richard's Army. Hey! King Richard's Army! Es ist dieser, der hier kommt, um uns zu töten. Ähm... Okay. Richard Löwenherz. Spiele ich schon gegeneinander? Spiele ich schon gegeneinander? Ist schon das erste Spiel? Kann ich nicht. Ein wirklich. Oh mein Freund, ich werde dir erklären, die Regeln von dieser Krieg. Das ist unser Stück am Kampf der Böder. Und hier ist unser Stück am Kampf. wo Sie bravend bleiben können und beantworten können. Das ist das Gegenteil des Kampfes. Sie sind meiner Familie. Also genau so aus dem Schlachtfeld. Und hier ist das Gegenteil des Kampfes. Wo Richard wird sich wie ein Lösch. Okay, los geht's. Lassen wir mal die Kugel hier rollen. Oh, springen, springen. Oh. Viel Geschwindigkeit. Alles klar. Sehr gut. Und ganz unten ist hier der Schaden. Also hier kann ich hier die ganzen, ähm, die ganzen Türme und so weiter aufstellen. Um das hier natürlich zu blockieren. Dass es natürlich für den Gegner hier schwieriger wird. Der Feind rollt schon. Okay. Ich setze was. Oh. Okay. Ähm, ich bin gleich so weit. Man sieht es hier unten links. Die Kugel. Und jetzt bin ich hier bereit. Und in der Zeit wird die andere Kugel gemacht vom Gegner. Und ich finde es echt ziemlich lustig und echt cool das Spiel. Boah. Uh. Boah. Ist gar nicht so leicht dann. Wird natürlich immer schwieriger. So. Der ist leicht tot. Und in der Zeit hier unten links wieder. Kann man das sehen. Wird meine Kugel wieder vorbereitet. So. Jetzt brauche ich hier nochmal was. Hehehe. Alles. Hier hin. Dass die Kugel nicht vorbeikommt natürlich. Ähm. Okay. Dass sie gegnerische Kugeln Schaden bekommt. Und die auch zerbröckelt. Ich kann schon. Oh. 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 Hat nicht funktioniert. Gott sei Dank. Da wieder. Jetzt aber. Jetzt aber. Puh. Glück gehabt. Jetzt aber. Und zack. Das Tor schon öffnet. Und jetzt. Hehehe. Ziemlich cool gemacht. Ich habe was freigeschaltet. Fortfahren. Okay. Das habe ich hier schon mal. Ähm. Okay. Ich freue mal weiter. Was ist denn das hier? Kann ich jetzt eigentlich meine Cam nochmal verschieben? Kann ich es gar nicht ganz lesen? Hier ist was. Einfach. Ich bin William Wallace. William Wallace ist 7 ft. Tau. Er hat es. Er hat es. Er hat es. Er hat es. Und wenn er hier ist, er würde ihn mit den Fäder ausfangen. Er hat es. Und die Böcke aus dem Himmelschen. Er hat es aus. Und die Böcke aus dem Himmelschen. Ich bin William Wallace. Und ich sehe. Oh nein. Hehehe. William Wallace. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hehehe. William Wallace. Oh ja. Willst du da alle Angst haben? Okay. Okay. Ich kann hier noch eine Kugel auswählen. Löwenfelsblock. Und hier ist auch noch eine Sandfelsblock. Aber ich nehme jetzt mal Löwen. Ah okay. Die kostet 300. Ich will es mal aus. Ich probiere es einfach mal. Also ich bin bereit. So. Jetzt kann ich hier wieder. Wieder Felsblöcke. Wieder für Gegner und Team wieder. Auswählen. Ähm. Wie geht das jetzt eigentlich weiter? Okay. Machen wir mal hier. Machen wir mal zwei Stück. Es muss überall reichlich gemacht werden. Dass es ziemlich schwer wird. Genau. Oh. Ich habe nichts mehr. Oh. Ich habe nichts mehr. Oh. Okay. Ich bin leider noch nicht bereit. Ja. 400 kostet. Das ist auch schon ziemlich viel Geld. Wenn man nicht viele Münzen davon hat. Es ist relativ schwer dann zu verteidigen. Wenn man nicht viel aufstellen kann. Sonst muss ich leider abwarten, bis meine Kugel unten bereit ist. Aber gleich ist es soweit. Und mein Gegner wird hier auch gleich. Bereit sein. Um loszulegen. Ich habe es gestern ganz kurz angetestet. Und. Ja. Die meisten kenne ich natürlich noch nicht von den Maps her. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so clever. Ähm. Ich weiß, dass ich das relativ, oh. Schnell und zügig machen sollte. Aber ich weiß gar nicht so genau wohin. Deswegen probiere ich es auch ein bisschen. Oh. Langsamer. Der andere rollt schon. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh je. Oh. Okay, ich sehe schon das Ziel. Oh. Jetzt aber, jetzt aber. Jetzt volle Kanne. Jawohl. Okay, jetzt habe ich ziemlich viele Münzen wieder. Ähm. Brauche ich hier noch was? Ich weiß jetzt nicht so gut, ob es so. Gut ist. Muss ich mal ausprobieren. Der war jetzt ziemlich schnell. Okay, wo kann man hier noch? Ähm. Von dem Blitz habe ich gar keins. Okay. Kann ich noch? Ich muss das schon überall verteilen. Äh. Er hat das schon ziemlich gut gemacht. Hier nochmal wäre ganz gut. Hier. Ähm. Genau hier nochmal. Mit einem Weg. Hier ist die Brücke. Hier kann ich nichts. Ich bin bereit. Okay. Gott sei Dank sind da auch so Pfeillinien. Am Boden. Boah. Nein. 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 Und die Kugel schreit. Okay. So nach links, nach links. Ein bisschen langsamer. Boah. Oh. Oh. Der Feind rollt schon. Oh. Oh. Weg, 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 weg. Nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt habe ich ja gar keinen Speed. Oh. Die Richtung, die Richtung. Okay. Okay. Ich sehe schon. Nein. Oh nein. Okay. Das hat er clever gemacht. Jetzt aber. Jawohl. Okay. Einmal müsste ich noch. Okay. Ich habe wieder genügend. 5. Probier mal. Okay. Der müsste. Ich glaube zweimal. Ich bin mir nicht sicher. Aber sehe ich ja dann. Aber ich stelle einfach irgendwie auf. Ich muss selber mal klarkommen. Okay. 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 Kann man. Hier unten kann man nicht. Muss erstmal schauen. Ich kann gleich wieder. Hier habe ich noch nichts. Ähm. Ich stelle nochmal was auf. Okay. Ich kann nichts mehr. Und hier sind nur noch zwei. Ich könnte auch hier einen. Verkaufen. Und jetzt hier hin. Genau. Ich bin bereit. Normalerweise müsste ich das nach dem geschafft haben. Oh. Der rollt auch schon wieder. Und jetzt spring. Oh nein. Oh das war knapp. Oh nein. Nein. Der dauert auch nicht. Jetzt hier rüber. Boah. Nein. Okay. Haben wir noch verfangen. Oh ich sehe schon die Ziellinie. Und jetzt volle Kanne. Was? Was? Das gibt es nicht. Ein leichter Stoß noch. Dann ist die Tür kaputt. Oh und der auch noch. Minimal noch. Das bedeutet. Wer jetzt als erstes. Wer jetzt als erstes. Jetzt es schafft. Hat diese Runde mal gewonnen. Ich muss jetzt schauen wo die Ziellinie ist. Ich will da jetzt alles drauf setzen. Aber es kann nicht sein, dass der so live vorbei kommt. Okay. Hier habe ich jetzt. Und hier auch nochmal was. Ähm. Ähm. Genau. So ein paar Schleuder. Genau. Eins setze ich da noch. Ich kann jetzt gleich. Sehr gut. Die letzte Runde. Boah. Oh ich bin ziemlich schnell. Bin ein bisschen zu schnell. Oh. Nein. Boah der hat jetzt aber alles auf eine Karte gesetzt. Was? Sieht ziemlich gut aus für mich. Oh. Boah wie ich fliege. Nein. Was? Was? Ich habe es noch geschafft. Ich habe es sogar noch überlebt Leute. Wahnsinn. Nein 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 nein. Was? Was war das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Aber das schaffe ich. Ah ok. Es war noch so ein Katapult. Jetzt haben wir. Jawohl. Jetzt haben wir. Jawohl. Sehr schön. Wieder was freigeschaltet. So. Ich lasse es hier. Das Video mal stehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute. Ähm. Dieser Stream. Ich streame ja auch. Ähm. Wird natürlich auch gespeiert. Weil es natürlich auch als Video. Ähm. Ja. Video hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann Leute. Ciao. lo. Ja. 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 Ja.